Moin moin, hier ist wieder Eiffel22 und für euch ist es jetzt nur noch ein Tag bis zum Horror Warfare 3, für mich immer noch zwei. Das ist das vierte Random Class Video und hier seht ihr gerade statt der Barret mit FMJ die Mini-OZ mit Agog und Schall davon. Das liegt einfach daran, dass ich mit der Barret mit FMJ Plünderer eiskalt einfach nichts hinkriege. Es kann, es ist nicht möglich, es geht nicht. Mehr als 50% der Zeit verteile ich Hitmarker und ich kann nicht mal Quickscow, ich kann es nicht mal versuchen. Es geht einfach nicht. Es funktioniert so nicht. Es ist einfach zu schlimm. Und ich habe es jetzt einfach gelassen, weil ich finde die Mini-OZ hier mit FMJ und Dingels auch schon. Das ist ja nicht hart. Mit FMJ bin ich dumm. Mit Agog und Schalldämpfer. Als Zweitwaffe habe ich im Übrigen die Spaß mit Grim und Extendomax, das finde ich ziemlich cool. Wenn ich sie denn nicht aufnehmen könnte. Leider ist diese Waffe nur sehr ungenau. Leichtgewicht um den hier ist auch okay, aber... Ja. Smoke und... Ach, Fail, naja. Smoke und Frag ist auch okay. Ich habe mir jetzt mal neue Random Class gemacht. Vielleicht werde ich noch ein paar Videos hochladen damit, weil ich finde das eigentlich ganz lustig. So kann ich noch mal ein bisschen Spaß aus dem Mono Alpha 2 rausholen, bis man auf der 3 kommt. Oh, das war dumm. Ja, und ich versuche, wie gesagt, mein Bestes. 5-4. Das geht ja noch. Ich kämpfe da oben an. Nein, ich glaube nicht. Mich da hingehört auch nicht. Aber da sehe ich doch... Und jetzt kommt die Spaß, mein Bestes. Oh. Okay. 4 Schüsse daneben. Respekt. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Das war jetzt irgendwie Fail von ihm. Ja, und vielleicht wird es noch weitere Klassen Gameplays geben. Random Class, Mars, Dars, vielleicht nächstes Wochenende oder so. Weil jetzt kommt erst mal Modern Warfare drauf. Was? Er hat sich nicht gerade selbst vor meinen Augen getötet. Nein. Okay, da hinten habe ich ihn gesehen. Und go! Ach ja. Ich freue mich auf die Spaß 12 in Moral 4.3. Die wird bestimmt sehr nice. Smoke. Du bist meine Mom. Verdammt. Sie war leer. G18. Wahrscheinlich auch noch erkennt, oh, ich habe nur zu schnell weggeklickt. Ich wollte mal ein bisschen über die Perks reden, die es geben wird. Ne, ich wollte eigentlich sterben. Also Perks, ähm, gibt es jetzt andere Perks. Oh, es gibt noch Perks auch. Ähm, und zum Beispiel gibt es da auch Blight-Eye, Ninja und Assassins. Die sind jetzt sozusagen für mich das Äquivalent zu, ja, Ninja und Eiskalt. Und Ghost, so ein bisschen eine Mischung daraus. Aus allem. Und, ja, ich denke mal, das wird ganz cool. Wenn man die nimmt, wird man ziemlich sneaky sein. Besten noch eine Waffe mit, ähm, ja, Schalldämpfer und dann, dass man unsichtbar sozusagen wird. Ich werde geflasht. Und, ja, da freue ich mich drauf. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Warte. Und, ähm, ja, Stalker ist interessant, dass man sich schneller bewegt, während man zielt. Das finde ich auch sehr praktisch. Und, was gibt es da noch so alles, was interessant sein kann? Oh, schön. G-18 mit Vollmantel. Wunderbar. Habe ich eigentlich fast noch keinen gesehen, der sowas verwendet. Boah, Alter. Good Aim ist gut. Ich weiß nicht mal meine... Was sind denn meine Killschricks? Hä, Vorräte? Hätte ich doch schon lange gemeint. Vorräte, Emergency, Airdrop, Stealth. Wahrscheinlich habe ich sie jetzt nicht mal eingestellt, ey. Das wäre Epic. Ja, Epic Failure ist aber. Aber es wäre Epic. Boah, Hedgehog. Ich habe auch einen Vorschlag von einem Kumpel von mir bekommen, dass ich doch mal die Minutes hier mit Argog und Rapid Fire, oder am besten noch Thermal und Rapid Fire, ausprobieren soll. Würde. Super. Der wäre da. Oh, oh, oh. Da höre ich einen doch. Höre ich da nicht noch rein? Warte. Ach, doch. Hey. Ich lad mal hin. Okay. Also. Ja, für euch ist es noch ein Tag. Für mich immer noch zwei gehorsame Tage. Morgen habe ich nochmal Schule. Und Übermacht auch natürlich. Und dann kann ich endlich zocken. Ich freue mich so. Ich werde alles ausprobieren. Die ersten 50 Stunden werde ich mit Fraps aufnehmen. Nein, Spaß. Und meinen ersten Tag werde ich relativ viel mit Fraps aufnehmen. Wie gesagt, mit Eben zusammen. Der nur zwei Stunden hat in der Schule. Und dann einfach direkt nach der zweiten Stunde spielen kann. Aber naja, ich bin jetzt sie. Ist ja. Ist ja ein netter Kerl der Eben. Und ja, das wird awesome. Für die und euch, die es sich nicht sofort kaufen können. Ich mache auch so am Wochenende, sage ich mal, den ersten Eindruck. Aber der wird sehr verklärt sein, weil ich natürlich ultra geflasht bin von dem Spiel. Nein, es hat gelangt. Ich will nicht, dass es lag. Oh mein Gott. Ultra gute Aktion. Alter, hat es gerade gelangt. Wir haben es wahrscheinlich hier vorhin gesehen. Und ich werde schon wieder abgeschossen. Ich will nicht. Ja, ich habe noch gekäbelt, bevor ich gestorben bin. Oh mein Gott, ich könnte gewinnen. Mit der schlechtesten Klasse oder mit der Klasse, die ich für am schlechtesten gehalten habe, gewinnen. Epic. Mit der Frag könnte ich mal kämpfen. Oh, ja. Oder auch nicht. Mal lauschen. Oh, Alter. Okay, AK ist zu hart. Achtung! Feindliche Vorräte! Feindliche Aufklärung vorne gesichtet. Recision hast du. Was? Ich... Oh nein, er hat Kommando. Oh! Oh! Kommando! Spasti! Hey, wenn ich jetzt noch wegen dem nicht erster wäre... Oh nein. Nein. Bitte nicht. Nein! Alter! Ernsthaft? Na ja. 29,18. Schön. Bla bla. Yada yada. Auf geht's. Set trials für 4,000ạг in 5,000 Neues. 42,000. 44,000. Tässä viele 40,000. 45,000 K Bash theaters. Vielen Dank.